Musik 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 Ich hab hier nicht Charline! Was um alles in der Welt machst du da? Im Regen stehen, das sieht man ja wohl! Ich bin irgendwie mies drauf in letzter Zeit Vielleicht sollte ich mich umbringen Gute Idee Versuch es gar nicht so zu tun, als könntest du dich nicht erinnern Scheiße, ich bin irgendwie nicht davon ausgegangen, dass ich das jemandem erklären muss Scheiß Gefühl, wenn guter Plan nicht funktioniert, hm? Du wolltest doch nicht wirklich sterben, oder? Eigentlich wollte ich schwerbehindert überleben Meine Aufgabe ist es nachzusehen, ob deine Familie in der Lage ist, sich um dich zu kümmern Sie sind Charlines Vater? Äh, ja, Jeff Hallo Schatz Und wer war das? Das war mein Freund Das ist so schlimm am Erwachsenen Erwachsene sind unendlich peinlich Hey! Soll ich dich zum Psychodok fahren? Was macht der für Musik? Gar keine mehr, der ist tot Tot? Hast du Schuldgefühl? Nö Schämst du dich? Auch nicht Du hast nicht mal eine Minute gebraucht, um mich mindestens viermal anzulügen Hi Venus Dass du zum Psychodoktor gehst, wundert mich überhaupt nicht Denkst du also, dass ich ein blöder Streber bin? Ja Glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Vielleicht sind wir ja schon längst da Wenn man jung stirbt, dann bleibt man für immer jung Aber auch für immer tot Willst du nicht mit mir reden? Kannst du mir wenigstens irgendein Zeichen geben?